David, was macht eigentlich mehr Sinn, eine Werkstudentätigkeit anzunehmen oder ein Praktikum anzunehmen? Und auf diese Frage gibt es keine ganz klare Antwort, daher möchte ich in diesem Video mal ein bisschen die Vor- und Nachteile von diesen beiden Modellen ansprechen, mit denen du während deines Studiums Praxiserfahrung sammeln kannst. Ein Werkstudentjob, das kannst du dir so vorstellen, vielleicht, falls du dieses Konzept noch gar nicht kennst, ist in der Regel auf maximal 20 Stunden pro Woche maximiert sozusagen, das heißt, du kannst beispielsweise montags, dienstags und mittwochs jeweils für sieben und am Mittwoch eben für sechs Stunden bei dem Unternehmen beispielsweise arbeiten und an den restlichen Tagen hast du frei oder du machst zum Beispiel, es geht zum Beispiel auch, dass du zweimal pro Woche acht oder neun Stunden arbeitest und dadurch eben nur 16 oder 18 Stunden pro Woche arbeitest. Das ist natürlich ideal, um während des Studiums, also während der Semesterzeit, dir zum einen Geld dazu zu verdienen und zum zweiten auch wertvolle Praxiserfahrung zu sammeln. Meistens ist es so, dass Werkstudentverträge irgendwie für mindestens sechs Monate oder so laufen und eigentlich von dir erwartet wird, dass du während der Zeit, wo du dort Werkstudent bist, auch in den Semesterferien Vollzeit bei dem Unternehmen arbeitest, sprich in den Semesterferien werden deine 20 Stunden oder wie auch viele Stunden auch immer du quasi im Vertrag festgelegt hattest, auf bis zu 40 Stunden erhöht, wenn du und das Unternehmen sagt, dass das Ganze für dich Sinn macht. Ein Praktikum hingegen ist ein Vollzeitjob in der Regel und deshalb kannst du ein Praktikum eigentlich auch nur in deinen Semesterferien machen. Sprich, das ist der erste große Unterschied. Zeitlich bist du mit einem Werkstudentjob viel flexibler und ein Praktikum, da musst du halt immer gucken, okay, ich kann halt von da bis da und wenn das Unternehmen sagt, sie wollen nicht für vier Monate, du hast allerdings nur zwei Monate Semesterferien, dann ist das Ganze eben sehr problematisch. Ein weiterer Vorteil von einem Werkstudentjob ist, dass du dort in der Regel einen deutlich höheren Stundenlohn hast. So ein typisches Werkstudentengehalt, mit dem du rechnen kannst, je nachdem, wie gut dein Profil ist, bei was für Unternehmen du dich bewirbst, ist eigentlich schon so 13 bis 20 Euro die Stunde sogar und während einem Praktikum kannst du teilweise sogar im dreistelligen Monatsbereich abgespeist werden. In der Regel bekommst du irgendwie was zwischen anderthalb bis zweitausend Euro und das ist, wenn du es mal runterrechnest, auf eine 50-60-Stunden-Woche eher nicht so viel auf die Stunde. Das heißt, auch wenn es dir darum geht, möglichst viel Geld zu verdienen, bist du mit einem Werkstudentjob eher gut aufgestellt. Jetzt stellt sich allerdings die Frage, warum macht dann nicht jeder Werkstudentätigkeiten? Warum gibt es Leute, die Praktika machen anstatt Werkstudentjobs? Warum habe zum Beispiel ich während meines Studiums immer nur Praktika gemacht und keine Werkstudentätigkeiten? Die Antwort auf die Frage ist, dass ein Werkstudentjob vielleicht kurzfristig deutlich attraktiver erscheint, langfristig dir aber nicht so viel bringt wie ein Praktikum. Und zwar aus folgendem Grund. Als Werkstudent bist du ja für zwei, maximal drei Tage pro Woche bei dem Unternehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man dich mit solchen anspruchsvollen Projekten betreuen kann, wie jemanden, der Vollzeit bei dem Unternehmen mitarbeitet und quasi konstant erreichbar ist. Das heißt, wenn du einen Werkstudentjob machst, dann bekommst du in der Regel eher ein bisschen repetitive Aufgaben, die eben einfach von irgendjemandem gemacht werden müssen, wo es jetzt nicht so wichtig ist, dass du dich total in die Materie hereinarbeitest, wo es nicht so wichtig ist, dass man immer einen konkreten Ansprechpartner hat. Es kann halt zum Beispiel sein, dass du irgendwie von Montags bis Mittwochs einen gewissen Task einfach ausführst oder gewisse Tasks, zum Beispiel Ansprechpartner bist, falls das um das Problem auftritt und immer eine Kostenaufstellung jeden Abend machst oder sonst was. Ja, also irgendwelche Sachen, die halt jeden Tag gemacht werden müssen. Und Donnerstags bis Freitags macht es dann eine andere Werkstudentin oder ein anderer Werkstudent. Ja, und bei einem Praktikum hast du den Vorteil, dass du da wirklich in der Regel als vollwertiges Teammitglied anerkannt wirst. Wirst natürlich als Werkstudent auch, aber als Praktikant oder Praktikantin wirst du eben ganz anders in gewisse Projekte mit einbezogen und wirst vor allem in Projekte mit einbezogen, die eine wirkliche strategische Relevanz haben, die jetzt wirklich, sag ich mal, wichtig sind und wirklich an das Kerngeschäft von dem Unternehmen rangehen und viel eher symbolisieren, was du auch als wirklich fester Mitarbeiter, der auch gewisse Karrieremöglichkeiten hat, machen würdest. Sprich, falls du dich zum Beispiel nach einem Studium bewirbst irgendwo, dann wird es viel höher angesehen sein, wenn du zum Beispiel zwei Praktika gemacht hast, anstatt wenn du bei dem Unternehmen zwei Werkstudenttätigkeiten gemacht hast. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, ein Einmonats Praktikum ist jetzt immer noch nicht so gut, wie wenn du drei Jahre bei dem Unternehmen als Werkstudent gearbeitet hast. Da ist natürlich klar, dass drei Jahre Arbeitserfahrung schon ein bisschen besser ist, aber tendenziell ist es schon so, dass für einen Werkstudentenjob, dass der quasi von dem Erfahrungslevel, also wie sehr die Erfahrung, die du dort gesammelt hast, wertgeschätzt wird bei einer Bewerbung, um auf das Level zu kommen von, sagen wir mal, einem dreimonatigen Praktikum, musst du schon sehr lange, deutlich länger als nur drei Monate dort als Werkstudent beschäftigt gewesen sein, weil du eben als Werkstudent bei weitem nicht so hart, so tief in gewisse Prozesse und Projekte eingearbeitet werden kannst, wie du es als Praktikant wärst. Das heißt, wenn es dir wichtig ist, neben dem Studium was dazu zu verdienen und einfach Praxiserfahrung zu sammeln und du mit der Uni komplett unterfordert bist, dann lohnt sich definitiv ein Werkstudentenjob. Definitiv, gar keine Frage, ist jetzt nicht so, dass ich sage, mach keinen Werkstudentenjob und ein Werkstudentenjob und kein Praktikum ist auf jeden Fall besser als kein Praktikum und kein Werkstudentenjob. Aber falls du das Ganze wirklich langfristig anschaust und guckst, okay, wie kann ich mir die bestmöglichen Optionen für nach dem Studium erarbeiten, dann, wenn meine ehrliche Empfehlung, fokussiere dich während dem Semester eher darauf, sehr gute Noten zu schreiben und vielleicht noch ein bisschen ehrenamtliches Engagement reinzubekommen und power dich dann während dem Semesterferien eher in Praktika aus, anstatt quasi während dem Semester total auf dem Zahnfleisch daherzukommen, weil du 20 Stunden die Woche arbeitest und noch 40, 50 Stunden die Woche am Lernen bist, weil dir das Ganze langfristig eben nicht so viel bringt wie Praktika, dennoch kann es auch für die Noten tatsächlich förderlich sein, wenn du einen Werkstudentenjob annimmst, weil das merke ich jetzt bei einigen Leuten bei uns aus dem Elite-Coaching, du dadurch, dass du weißt, okay, ich kann montags und dienstags zum Beispiel fast nicht lernen, die anderen Tage noch viel effizienter nutzt. Natürlich jetzt die Leute bei uns aus dem Elite-Coaching, die sind auch so ganz gut dabei, weil wir irgendwie jeden Sonntag einen Live-Call haben, wo wir darüber sprechen, was steht nächste Woche an und so weiter, wie kannst du da gute Strukturen implementieren und so weiter, weil auch wenn die keinen Werkstudentenjob haben, sind ja gut hinterher durchzuziehen, aber falls du quasi komplett planlos rumstudierst und keinen Werkstudentenjob hast, dann ist es eben total leicht, gar nichts zu machen während dem Semester, weil du dir, weil du so viel Freizeit hast, dass du dir die ganze Zeit einredest, ja, du könntest ja ganz problemlos das jetzt aus dieser Woche in der nächsten Woche auch nachholen und so weiter, aber wenn du weißt, du hast einen Werkstudentenjob, du hast nicht so viel Zeit zum Lernen, dann kriegst du es hin, die Zeit, die du hast zum Lernen, viel effizienter zu nutzen, als Leute, die keinen Werkstudentenjob haben. Sprich, meine Empfehlung, Empfehlung Nummer eins, wenn du es halbwegs hinbekommst, dich selbst zu strukturieren oder im Optimalfall, wenn du bei uns beim Elite-Coaching schon dabei bist, falls nicht, bewirb dich auf jeden Fall mal, dann würde ich dir eher empfehlen, keinen Werkstudentenjob anzunehmen und dich eher auf Praktika zu fokussieren. Bevor du aber Kellnerst oder irgendwas machst, was dir jetzt nicht wirklich was für deine Karriere bringt, würde ich definitiv eher einen Werkstudentenjob machen, weil es dir definitiv was bringt, auch wenn es dir nicht so viel bringt wie ein Praktikum und weil du dort wahrscheinlich sogar noch mal einen höheren Stundenlohn als bei den meisten normalen, sage ich mal, Nebenjobs bekommen wirst. Plus, es ist definitiv auch hilfreich, um dir gewisse Strukturen in deinen Alltag zu implementieren. Das war's von meiner Seite zu diesem Thema. Schreib mir gerne auch unten in den Kommentaren, wie du dazu stehst, lass dem Video gerne auch einen Daumen hoch und dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dahin, viele Grüße, dein David.